Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja auch mal klein, ein Junge ging zur Schule in die 8. Klasse und wir haben schon über das Thema Säuren gesprochen im Chemieunterricht. Der Chemielehrer war schon etwas älter, vom alten Schrot und Korn und wir liebten ihn auf unsere Weise. Wir hatten vor ihm furchterliche Angst. Herr Rademacher, nun kommt der Rademacher eines schönen Tages in die Klasse und fragt, kennt ihr die stärkste Säure? Hm, tja, woher auch? Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.